Hallo und herzlich willkommen an der Deutschen Sporthochschule Köln. Mein Name ist Jared King, ich leite das International Office der Sporthochschule und habe das Vergnügen, in der folgenden Präsentation Ihnen die Austauschmöglichkeiten international vorzustellen. Let's go! Auf den nächsten Folien möchte ich Sie im Namen des International Office über Ihre Möglichkeiten bezüglich Auslandsmobilität informieren. Gründe für ein Auslandssemester gibt es sicherlich viele, aber aus unserer Sicht seien ein paar Cluster genannt. Die Persönlichkeitsentwicklung, akademische, berufliche Gründe, Horizonterweiterung, sich von der Masse abheben, Sprachkenntnisse verbessern, aber auch soziale Gründe wie Networking, neue Kontakte international aufbauen. Aus Sicht der Studierenden gibt es Gründe, die gegen ein Auslandssemester sprechen. Diese beziehen sich meistens auf eine wahrgenommene Unvereinbarkeit mit dem Studium. Diese Gründe möchten wir gerne entkräften. Eine Anerkennung von Studienleistungen, wenn Sie sich an unserer Partneruniversität bewegen, ist unproblematisch. Es findet ein kulanter Umgang bezüglich der Anrechnung statt. Sie haben ferner die Möglichkeit, Ihre Abschlussarbeit im Ausland zu schreiben oder ein Praktikum anzuschließen, in Teilzeit zu arbeiten und im Berufsleben Kontakte zu knüpfen. Ferner haben Sie die Möglichkeit, Kurse zu wählen, die es so in dieser Form und auch in der Sprache an der DSHS nicht gibt. Ein weiterer häufig genannter Grund gegen ein Auslandssemester ist die Trennung vom gewohnten sozialen Umfeld. Wir empfehlen, dieses Auslandssemester als Chance zu sehen, die Komfortzone zu verlassen, um sich weiterzuentwickeln, die Kontaktaufnahme international auszudehnen und soziale und interkulturelle Kompetenzen zu verbessern. Die finanzielle Belastung sollte auch kein Ausschusskriterium darstellen. Die Stipendien der Deutschen Sporthochschule sehen einen Erlass der Studiengebühren vor. Somit fallen nur Lebenshaltungskosten an. Diese sind im Ausland teilweise sogar günstiger als in Deutschland. Ferner gibt es die Möglichkeit, über BAföG, Studienkredite, Erasmusförderung, Praktikumsförderung, ein gutes Kosten-Nutzes-Verhältnis darzustellen. Dies ist eine einmalige Gelegenheit. Ein Auslandssemester ist bezahlbar. Ich möchte an dieser Stelle nun als erstes die Studiumsmöglichkeiten in Europa besprechen. Auf dieser Folie sehen Sie unsere europäischen Partneruniversitäten. Wir haben uns sehr bemüht, den Studierenden ein möglichst breites Spektrum an Regionen und Ländern anzubieten. Auch die Sprachbarriere ist gering, weil die meisten Länder und Universitäten englischsprachige Lehrangebote anbieten. Ausnahmen sind Portugal, Spanien, Italien und Frankreich. Sie haben somit die Möglichkeit, sich auf eine der europäischen Partneruniversitäten zu bewerben. Informieren Sie sich rechtzeitig, sodass Sie frühestens ab dem dritten Semester ins Ausland gehen können. Wie bereits gesagt, entfallen die Studiengebühren und Sie bekommen zusätzlich ein sogenanntes Mobilitätsstipendium zur Deckung der Mehrkosten. Dieses wird nach Ländergruppe klassifiziert und beträgt derzeit zwischen ca. 300 und 450 Euro pro Monat. Sollten Sie sich eher für ein Praktikum in Europa interessieren, ist der nächste Abschnitt relevant. Beim Erasmus-Praktikum können Sie sich zwischen zwei bis zwölf Monate fördern lassen. Eigeninitiative und Selbstständigkeit ist gefragt. Sie bemühen sich selbstständig um einen studienrelevanten Praktikumsgeber. Die Förderung zur Deckung der Mehrkosten beträgt derzeit zwischen 400 und 550 Euro. Das Schöne ist, das Praktikum kann auch mit einem Erasmus-Studium verbunden werden. Als nächstes möchte ich Ihnen die Studiumsmöglichkeiten außerhalb von Europa, also in Übersee, vorstellen. Auf dieser Grafik sehen Sie die Überseepartner-Universitäten. Auch hier haben wir besonderes Augenmerk auf Vielfalt gelegt, möglichst viele Regionen den Studierenden zugänglich zu machen und im akademischen Bereich einen starken Fokus auf Sportwissenschaft gesetzt. Sollten Sie sich für ein Studium in Übersee interessieren, ist es wichtig, dass Sie sich frühzeitig bewerben. Das heißt, eine Bewerbung ist ab dem ersten Semester möglich für Ihr drittes Semester. Denken Sie daran, auf der Homepage unsere Bewerbungsfristen einzusehen und vor allem auch einzuhalten. Das Studium in Übersee garantiert einen Studiengebührenerlass. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, als Selbstzahler an die Partner-Universitäten zu wechseln. Mit Auslands-BAföG werden hierbei bis zu 4.600 Euro übernommen. Zusätzlich zu den Studiumsmöglichkeiten bieten wir den Studierenden auch Praktikumsförderungen in Übersee an. Das Programm der Wahl heißt PROMOS und ermöglicht eine Förderungsdauer von sechs Wochen bis sechs Monate. Die Studierenden identifizieren und suchen hierbei selbstständig einen studienrelevanten Praktikumsgeber. Forschungsaufenthalte im Rahmen von Abschlussarbeiten sind förderfähig und die Studierenden können eine monatliche Förderung und Reisekostenpauschale erhalten. Die Förderung ist abhängig von der Leistung im Bewerbungsverfahren, dem ausgesuchten Land und der Dauer des Aufenthaltes. Kommen wir nun zu einem weiteren wichtigen Aspekt, dem Bewerbungsverfahren. In einem ersten Schritt ist es sehr wichtig, dass die Studierenden sich selbstständig über die Partneruniversitäten informieren. Auf unserer Website finden sich die Partnerschaftslisten mit der genauen Bezeichnung der Partneruniversität und der URL der jeweiligen Universität. Wir bitten die Studierenden, sich auf der Website der jeweiligen Universität über die Studiengangsinhalte zu informieren, sich zu orientieren und dann erst in einem zweiten Schritt weitere Informationen aus dem International Office einzuholen. Die Partnerschaftslisten zeigen auch die jeweiligen Austauschzeiträume an, die Unterrichtssprachen, die angeboten werden und empfohlene Studiengänge, die sich bezüglich Passgenauigkeit eignen. Es ist prinzipiell möglich, mit jedem Studiengang an jede Partneruniversität zu wechseln. Das Bewerbungsverfahren besteht aus Ihrer schriftlichen Bewerbung und, sofern Ihre schriftliche Bewerbung vollständig ist, in ein mündliches Auswahlgespräch. Für die schriftliche Bewerbung reichen Sie bitte Ihr Motivationsschreiben, einen Lebenslauf, Darstellung des Spracherwerbs, das Online-Bewerbungsformular und Ihren Notenspiegel ein. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website. Das Auswahlgespräch, das relativ zeitnah nach Ablauf der Bewerbungs-Deadline stattfindet, dauert in der Regel zwischen 15 und 20 Minuten. Hierbei überprüfen wir Ihre Sprachkenntnisse, Ihr Studieninteresse, die Sinnhaftigkeit des Auslandsaufenthaltes, Ihre interkulturelle Kompetenz, der allgemeine Eindruck, Ihr Auftreten, intellektuelle Fähigkeiten und das Entwicklungspotenzial. Ich hoffe, ich konnte in dieser Kurzpräsentation Ihr Interesse für ein Auslandsstudium oder Praktikum wecken. Es bleibt mir nur noch, mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse zu bedanken. Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf unsere Website unter www.dshs-köln.de. Im Suchfenster können Sie International Office eingeben. Dort werden Sie sämtliche weiterführende Informationen und Ansprechpartner und Partnerinnen finden. Vielen Dank.